Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 64. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Wir kommen zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 12, 58 und 60. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen in Hessen, Drucksache 2097 aus Drucksache 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 61 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 40 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abg. Schmid, Decker, Hofmeyer, Kummer, Löber, Warnecke, Weiß, SPD und Fraktion betreffend schwarz-grüne Landesregierung vernachlässigt Kommunen, Drucksache 2098 aus Drucksache 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 62 und zusammen mit den Tagesordnungspunkten 45 und 37 aufgerufen. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von zwei Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Staatsminister, darf ich bitte um etwas Ruhe bitten? Betreffend Land ist Partner der Kommunen. Nachhaltige Landespolitik hilft Kommunen, ihre Haushalte zu konsolidieren und sich weitere Handlungsoptionen zu erschließen, Drucksache 19. 3074. Dazu wird Tagesordnungspunkt 37 aufgerufen und Tagesordnungspunkt 62, den wir eben in die Tagesordnung aufgenommen haben. Dann folgt Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein erstes Gesetz zur Förderung von Chancengleichheit in der frühkindlichen Bildung, Drucksache 2067 aus Drucksache 19. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 2064 aus Drucksache 19. Heute fehlen Entschuldigt Staatsminister Wintermeyer. Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr. Die Abgeordneten Banzer, Hammann und Erfurt. Heute Abend, im Anschluss an die Plenarsitzung, kommt der Innenausschuss zusammen in Sitzungsraum 501 a. Damit können wir in die Tagesordnung einsteigen. Abend.